es ist klasse der content wird gemolken kinder seid ihr dabei die hand gedrückt was denn hier los jetzt steigt das durchschnitt der besuch ist weg es wird wieder brutal eingestiegen es ist klasse ihr startet rein viel spaß captain hallo lucky look ich wäre dabei wenn es kühler wäre junge imposter let's go mit tun bounty hunter junge let's go bounty hunter das ist einer meiner lieblings im imposter rollen der bounty hunter freunde mal bounty hunter kann man sich mal gut hier hinstellen und jetzt siehst du nämlich wo die hingeht so die geht in die elektrisch rein jetzt können wir nicht noch mal zurück sonst bisschen sass electrical wurde gerade auch sehr schnell gefixt leider war raffi ein bisschen oben hat raffi oben ein wenig gechillt deshalb konnte mir grad nicht gut gehen ich glaube feine katze feldknechti genau wie wir in den camps terste war glaube ich auch der raffi feber da sonst wüsste ich es jetzt gerade nicht ja ich bin aber mittlerweile an lifeline wo ist denn der kill unterer pinöppel mag ich stand glaube ich im baum raum wenn jetzt nicht ganz doof war ich bin im raum flaschen baum raum da bin ich wirklich gerade rausgelaufen glaube ich da bin ich nicht rausgelaufen ich habe meine taste und ich bin von oben runtergelaufen ich war glaube ich im baum raum ja sag ich doch ja aber nicht unten die boi der boi nein du bist gerade aus dem baum raum rausgelaufen der baum raum zwei alibis gerade verteilt habt ihr das gemerkt wir haben das zwinkern halt nun nicht gesehen du weißt doch im baum raum also und wie wie ja habe ich gemerkt da war noch meine und noch eine andere du bist rumgelaufen wie falsch geld von links nach rechts ja meine besen essen erste für movement oh ja oh ja muss ich leider zustimmen ich möchte ein besen essen und dass ich kein besen essen muss eine handfeger ja aber das gibt noch mal sowieso halt habe ich skippe noch mal ja warte mal und wie alt ist die leiche ich weiß dass ihr die bounty anzeige nicht seht ist aber nicht so schlimm weil ihr seht ja in game wo der pfeil hin zeigt und auf welche person und ich kann es auch noch mal sagen als du an vlesk pc saß und dalo dich gekillt hat er gibt es dann wenn ein clip dann quasi von vlesk stream vielleicht könntet ihr das ja mal klippen das wäre nice wir müssen jetzt wolde killen okay wir müssen jetzt wollte kühlen da ist wollte und der runter zu uns nicht ist aus jung es geht so schnell ich kann gar nicht gehen das dinge ist ich weiß jetzt nicht ob stu auf mich geschossen hat aber der liegt auf jeden fall neben mir als ich diese diese auffülltask gemacht habe das problem ist bei stugi glaube ich dir das sogar und ich aber ich weiß nicht ob er jetzt wirklich auf mich geschossen hat weil er lag halt ein stück neben mir du bist du bist ja auch manchmal neben der spur doch doch glaubt ihr das mal ich habe eine info für euch schon ein bisschen sass und das war ein kill so knapp auf cooldown ja aber guck genau das ich habe extra gerade ein bisschen gewartet ich stand da und habe gewartet ja aber genau das ist doch der grund warum das sein kann weil ja oder drei worts gekriegt sie hat drei worts gekriegt und sie war ein bisschen sass dann ist das doch gar nicht mal so weit hergeholt dass sie das ding ist ich weiß nicht warum ich das war ich weiß nicht warum raus kam von zwei leuten und der kill liegt im boiler room wie ich solchen den kill gemacht haben welche tas hast du da gemacht hast du noch mal links hin musstest ich habe die beurte wird gleich geboten wir pushen die jetzt raus ich bin halb brain afkar hier rumlaufen ich erzähle gerade also alles wie immer also trinkt man holi also den ersten kill hat ohne leiter karl gemacht hört auf mich mit den sachen reinzuziehen dann war ich das wohl nicht ich bin da ha ha ich bin auch eine darker ah ich auch fickt euch leiter karlas eine kurze frage wie kann wollte denn mit seiner farbe eine leiter karl sein das versteht das wird random zugeordnet ach so okay ach so aber das denkst du dir bei dunkelrot von terse nicht oder dunkelblau ich habe nur schwarz gesehen gerade habe ich so hell hallo leute ganz kurze werbe unterbrechung in eigener sache abonniert gerne mal kostenlos den terstie channel viele von euch haben das noch nicht getan und schaut auch mal auf terse vorbei freunde unser zweiter youtube-kanal wir laden hier ganz viele videos hoch wie zum beispiel codenames auch mit dalukat und vlesk oder unsere best-of-videos aus der winch challenge aus wo w ja zurzeit auch eldenring schaut da gerne mal vorbei der link ist in der video beschreibung abonniert kostenlos den kanal und ich wünsche euch ganz viel spaß mit den videos machte gut dank für ihren support freunde ich sehe das müsst hat nicht immer sagen ist nett gemeint aber alles gut das ist also das ist geist krank jetzt habe ich drei wo es bekommen jetzt habe ich drei wo es bekommen drei wo es ohne kill bitte reporte nicht scheiße hat er die dingens gesehen nein oha hallo ola ähm rechts neben dem office direkt an der ähm lava task der ist übrigens schon seit fünf sechs sekunden locker tot wir haben ein problem drei tote ist schon zu viel wer wurde denn reportet grad knechti äh ich glaube ja das ist der knechti gewesen knechti run of people ich bin links raus hab wolde noch gegrosst ja genau ich bin spaceman runter also ich frage mich auch warum ich drei votes kriege also ich war weder bei einer leiche sonst noch gar nichts ich konnte rausgenommen werden und so also kracht ich war auch nicht bei einer leiche terst ich habe eine leiche reportet doch du warst zweimal zweimal warst du bei der leiche und einmal hast du reportet auf guldown punkt eins ich kam aus dem baumraum und im boiler room lag die leiche dann kann ich da nicht gekillt haben wenn ich von oben nach unten lauf wer ist denn der lower decon rein richtung specimen vor sechs sekunden sieben sekunden ich nein ich bin ich bin ich bin upper decon sorry ich finde das toll wie ihr euch alle zoppt aber ich weiß eigentlich tatsächlich wer den ersten kill gemacht hat ja wer hat denn komm heraus vielleicht der color passt ja was habe ich du hast den allerersten da unten an der wasser not gemacht und warum hast du es nicht vorher gecallt nee den hab ich nicht gemacht die erste runde ich hab den nicht gemacht das ist faro raus mit ihm nein 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 das kann nicht sein dass er unten an der weathernode gemacht wurde weil der war im boiler room hieß es ja aber ein kill ist auch oben im office gewesen nee nee der erste war in der voilernode wer wurde da gekillt wer wurde da gekillt im meeting room tun bist du prosecutor ich glaube auch ich weiß es nicht irgendwas ist da bullshit ich hab keine ahnung ich weiß es nicht besser nein ich hätte erste wohnen sollen ich hab mein mail gevotet warum mich weil du für mich nicht safe bist ich war überfordert mit meinem leben wir hören sich an wie zwei crewmates die sich zerfleischen wow okay wir sind sechs wahrscheinlich wird jetzt halt gebuzzert ne wir sind sechs wir müssen nur zwei kills machen eigentlich ist easy win jetzt wir machen jetzt easy win jawoll da ist er hast du da hast du da hast du mich geschossen da hast du mich geschossen da hast du mich vor mir durch ja einfach besser gespielt tu wie hast du dich denn da gesehen also ich hab dich nicht gesehen also was hast du denn gegessen also ich kam gerade erst ich kam gerade erst aus O2 raus und hab gesehen dass du von da weg gegangen bist hast also ich hab dich nicht mehr gesehen in meinem licht ich hab auch im poste licht ja 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 vivi war auch böse ne ich wollte deine rolle haben ja 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 meine rolle ich hab nicht einmal gekillt bis zu dem zeitpunkt was du hast du das hast du wie du dich auf mich festgeprissen hast das war wie faru sonst wegen nix warte doch mal auf damit so zu sagen das nervt mich mega ehrlich jetzt ok Freunde an der stelle ich sage einmal hallo youtube Kinder was eine starke runde ne aber ich bin ganz ehrlich dass wir das letzte meeting überlebt haben war ein bisschen lucky na wir hätten vielleicht nicht so sehr auf vivi pushen sollen Freunde wenn das euch gefallen hat gerne 16 uhr neues video morgen anschauen boah Junge der fett husten ne und gerne mal einen Kommentar schreiben plus Abo da lassen auf dem channel hier würde mich sehr freuen macht es gut ciao ciao